Hörst, Alter, schau mal her, ich hab da neuche Erotik-Seiten gefunden, da gibt's ein Live-Chat. Uuuuuh, Tittis! Alter, ist voll beherrt auf mich, die will mit mir voll fageln. Pass auf, ich zeig dir jetzt in einster Schmäh. Nein, mach das nicht! Die Weiber steht auf sowas überhaupt nicht! Mach's nicht! Das ist uncool! Was? Schau, du bist ein schierer, blader, alter Zigeiner. Wenn du so deppert schreibst, versteht dich ja keiner. Du musst die Weiber gewinnen und nicht verscheicheln. So einen Blödsinn hab ich noch nie gehört. Ja, es ist aber so. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Nein, natürlich nicht. Was soll der Scheiß? Schau, ich erklär's dir. Siehst die Tasten da? Die sind alle flach und dreckig. Und deine Witze sind auch flach und dein Gesicht ist immer dreckig. Ich weiß ja nicht, wann du mal duschen gehst, aber oft ist es sicher nicht. Hast du gehört? Kannst du jetzt mal die Gau schneiden und mir zeigen, wie man die Tastatur da bedient? Die Huren machen sich schon so ein.